Hallo liebe Eltern, heute erkläre ich euch auch aufgrund der vielen Nachfrage mal, wie man den Karate-Gürtel richtig bindet. Ich mache es jetzt mit einem weißen Gürtel, damit ihr das am schwarzen Anzug besser sehen könnt. Wir nehmen erstmal die beiden Enden zusammen. So haben wir hier die Mitte. Und die Mitte legen wir vorne auf den Bauchnabel. Wir gehen einmal nach hinten, tauschen die Enden und legen wir nach vorne. Dann überkreuzen wir das Ganze. Und die Seite, die jetzt oben drauf ist, ziehen wir von unten durch, hinter alle Schichten. Hier entscheidet sich, wie fest wir den Gürtel ziehen. Und dann kann ich erstmal loslassen. Ich nehme das untere Ende und stecke es von oben, hier dazwischen durch, dass ich hier wie ein kleines Mauseohr habe. Und dann kommt die andere Seite, die obere Seite, von unten durch das Ohr. Und festziehen. Das ist alles. Danke.